Mein und Willkommen zu Folge 1 vom 32. Spieltag Und ihr wisst es glaube ich selber, die verdammt, verdammt heiße Saisonphase fängt jetzt allerspitzestens an Beziehungsweise um ehrlich zu sein, wir befinden uns schon mittendrin Und deswegen jetzt herzlich willkommen zu diesem Freitagsspiel Wo die TSG aus Hoffenheim, RB Leipzig in der Mr. Ninox Bundesliga empfängt Ich blende euch jetzt auch sofort mal die Tabelle von der Mr. Ninox Bundesliga ein Ich weiß, die sieht dann echt natürlich völlig anders aus Um genau zu sein, ihr seht jetzt den oberen Tabellenteil Platz 2, RB Leipzig, ich weiß, die stehen natürlich in echt wesentlich schlechter da Gegen Platz 6, gegen die TSG aus Hoffenheim Für Leipzig geht es darum, wirklich noch um Platz 1 mitzuspielen Beziehungsweise sie würden sich sogar Platz 1 kurzzeitig Bis die Münchner dann morgen im Topspiel gegen den VfB Stuttgart dran sind Warum auch immer das Samstag Nachmittag ist Und nicht Samstag Abend im Topspiel Aber das ist völlig wurscht Auf jeden Fall, bis der FC Bayern München dran ist Könnten sie sich diesen Platz auf jeden Fall mal sichern Und für Hoffenheim geht es darum Die haben einen 3-Punkte-Vorsprung Von Platz 6 auf Platz 7 Und auch einfach damit ein kleines Polster Könnten sie sich aufbauen, wenn sie hier und heute Punkte mitnehmen würden Gegen RB Leipzig Und ich will auch überhaupt nicht lang rumreden eigentlich Ganz kurz, lasst jetzt unten unbedingt ein fettes Abo da Wenn ihr die Champions League 8, die Final-Rückspiele nicht verpassen wollt Auf meinem Kanal, denn die gibt es dann natürlich logischerweise auch Ganz kurz, ich verlinke euch jetzt mal rechts oben in der Infocard Die jeweiligen Hinspiele vom Halbfinale in der Champions League Wer die nicht gesehen hat, ist absolute Pflicht Die zu gucken Jetzt aber auch schon ins Duell Für die einen geht es um Platz 1 Sprich um die Meisterschaft Für die anderen geht es um die Europa League Und in das Spiel springen wir natürlich sofort rein Beziehungsweise ich gebe ab an meine Kollegen Wolf Fuss und Frank Buschmann Die werden es für euch in der Pre-Zero Arena kommentieren Let's go Ich darf sie zu Hause recht herzlich begrüßen, liebe Fußballfans Hier in der leider verregnenden Pre-Zero Arena Willkommen zu dieser heutigen Partie An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuss und Frank Buschmann Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig Also ich denke auch, das wird klasse Sieht ganz an der gelben Karte aus hier Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt Florian Grilic Ja, sehr dribbelt stark, macht das richtig gut Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen Xaver Schlager Dani Olmo Schlager Diesen Pass holen sie sich Ozan Kabak Nun Kaderabek Er fängt diesen Ball ab O'Penda Machen sie gut, das kann was werden jetzt Dani Olmo, gut geblockt Ja, da war noch einer dran Gibt Ecke Amadou Haidara Schöner Pass Wichtig, dass sie hier früh das erste Tor machen Sie setzen damit ein Zeichen Haben hier erstmal alles im Griff Und da macht er das Tor, obwohl die Verteidiger da waren Ganz stark gelöst Hoffenheim ist in Rückstand geraten Nun geht es hier weiter Florian Grilic Grischa Prömel Das ist Score Das gibt Einwurf Den Ball holt er gut verteidigt Dani Olmo Ja, sieht gut aus Das könnte jetzt was werden Oh, viel Platz jetzt Gut geklärt Dani Olmo Tolle Parade Aber Gefahr ist noch nicht vorbei Schön zugemacht Sie unterbinden diesen Angriff Den Ball will er nicht hergeben Weghorst Schönes Dribbling hier Dazu ein wenig die Präzision gefehlt Bei diesem Pass Gibt Einwurf David Raum Am Ball jetzt Schlager Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite Gut dazwischen gegangen Das könnte eine Gelegenheit werden Aber die Abwehr ohne Probleme Simons Amadou Haidara Ropenda Am Ball jetzt Chavis Simons Gutes Tagling hier Grischa Prömel Florian Grilic Er hat den Ball Und das könnte jetzt eine Chance geben Oh, Penda Langsam wird es gefährlich Schönes Dribbling Flanke am Ende Flanke am Ende dann doch zu hoch Kaderabek Grischa Prömel Nun Kaderabek Verteidigt erstmal den Ball Besitz Klasse Aktion Amadou Haidara Henricks Schöner Vorstoß Das könnte durchaus gefährlich werden Da kommt die Flanke Nicht das Tor Ja, der muss sitzen Da knallt ja das Ding ans Aluminium Grischa Prömel Und angezeigt jetzt Eine Minute Nachspielzeit Jetzt der Vorstoß So, wir gehen in die Pause Da ist der Pfiff Jetzt können wir alle erstmal durchatmen Wir machen weiter mit der zweiten Hälfte Leipzig mit einer guten Leistung vor der Pause Man ist hier mit einem Tor vorne Den Zweikampf führt er gut Jetzt hat er den Ball Einwurf für RB Leipzig Amadou Haidara Schöne Aktion Steilpassen Wir schauen nur auf den Ball Und nicht darauf Was der Gegner macht Wo ist der Gegner Und das Resultat ist dann Diese Abseitsentscheidung Ah, da waren sie in der Mitte Zu unbeweglich Da müssen sie aktiver sein So ist das zu leicht auszurechnen Sie gehen dazwischen Ja, das ist natürlich nicht leicht Da jetzt durchzukommen Xaver Schlager Ja, er verliert den Ball Sieht vielversprechend aus Da, die Olmo Das gibt's doch nicht Gehalten Es gibt einen Wechsel Er hatte kurzzeitig nicht mehr den richtigen Halt Aber er fängt sich und hält die Balance Flanke kommt nach innen Da sieht die richtig gut aus jetzt Gut abgeblockt RB Leipzig bekommt hier die Ecke Und das wäre natürlich jetzt die Gelegenheit Die Führung hier weiter auszubauen Amadou Haidara Aber jetzt Chavez Simons Da wäre Platz für den Konter Grisha Brümel Anton Stach In der vergangenen Viertelstunde hat Leipzig hier in Sachen Ballbesitzquote auf jeden Fall den stärkeren Eindruck gemacht Und sie holen ja auch durchaus gute Chancen raus Ich glaube, lange dauert das hier nicht mehr Dann erhöhen sie den Vorsprung auf zwei Tore Auch jetzt sind sie wieder im Angriff Sieht durchaus vielversprechend aus Dani Olmo Da ist die Chance Er geht dazwischen Wir sehen es, beide Mannschaften wechseln Die Nummer 15 Tor Er hat damit also den Doppelpack in diesem Spiel Klasse Leistung Wir schauen uns das Tor nochmal an Das machen sie natürlich clever Haben die Defensive so ein bisschen mürbe gemacht Und dann kann auch dieses Tor fallen Spielstand 2-0 Im Moment läuft es natürlich für sie Anton Stach Florian Grilic Stach Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen Ozan Kabak Florian Grilic Ozan Kabak Ozan Kabak Nun Kaderabek Leipzig mit dem Ballgewinn Er bekommt die Unterstützung Amadou Haidara Der Ball holt er gut verteidigt Außen wäre jetzt der Platz da Für die Hoffenheimer Klasse Tickling Der Blick zur Uhr Noch sieben Minuten Amadou Haidara Xavi Simons Dani Olmo Jetzt dieser gefährliche Steilpass So Deckel drauf Mit diesem Tor war es das für heute Jetzt kann ihn in diesen Sieg Keiner mehr nehmen Das Tor nochmal in der Wiederholung Erst der gefährliche Steilpass Und dann dieser stramme Schuss Ja was willst du da noch machen Der ist nicht zu halten Das wird heute wohl nichts mehr für sie Das Spiel ist fast vorbei Außen sind die Räume Vielleicht jetzt da Für Hoffenheim Ganz stark Wollweghorst Das ist Andrej Kramaric Sie machen sofort Druck Und dann der Ballgewinn Im Angriffsdrittel Und nun ist es zu Ende Das ist der Schlusspfiff Mehr als diese Niederlage war Heute also für die Gastgeber Nicht drin Es ist eine herbe Niederlage Geworden in der Liga Das war nicht ihr Tag Und das sieht man ganz deutlich Auch in den Gesichtern der Spieler Er hat heute wirklich gut gespielt Puschi Ein Tor gemacht Fast wäre noch ein zweites hinzugekommen Am Ende Natürlich der Sieg Wir haben wieder einmal gesehen Diese Torgefahr Dieser Torriecher Ist für ein Team Sehr sehr wichtig Und das war es also Mit diesem Freitagabendspiel Und ich glaube Klarer hätte es nicht sein können Hoffmann Ein einzigen Schuss Elf Schüsse für Leipzig 0,0 zu 3,3 erwartete Tore Das heißt RB Leipzig Völlig im Soll Und auch in der Höhe Völlig verdient Und die TSG Also so Darfst du auch gegen Einen besseren Klub Nicht spielen Wenn du in die Europa League willst Auf jeden Fall Ich blende euch jetzt sofort Mal die Tabelle ein Tabelle ein Hoffenheim bleibt also Auf Platz 6 Mit 48 Punkten Allerdings Könnte Augsburg jetzt Richtig Druck machen Sie müssten mit 4 Toren Unterschied gewinnen Damit sie sie überholen Also ich denke nicht Dass das passiert Pardon Sogar mit 5 Toren Unterschied gewinnen Aber sie können Wie gesagt Punktgleich mit ihnen ziehen Und auch von Freiburg Und Frankfurt Kann da einfach Druck kommen Auf die TSG Aus Hoffenheim Und RB Leipzig Ihr seht schon Sie springen also Auf Platz 1 Und die Münchner Und Bayer Leverkusen Müssten also ihre Hausaufgaben Dann morgen am Samstag Beziehungsweise am Sonntag Unbedingt machen Wenn sie Platz 1 Sich holen wollen Beziehungsweise Wenn Leipzig Äh pardon Wenn Leverkusen Noch ein Wenn sie noch Im Rennen bleiben wollen Und Platz 1 Ihr wisst was ich meine Und wie gesagt Wenn ihr diese 2 Spiele Und natürlich auch Die anderen Spiele In der Mr. Nanux Bundesliga Vom 32. Spieltag Und generell den 33. und 34. Spieltag Nicht verpassen wollt Lasst jetzt hier unbedingt Ein fettes Abo da Ich bin mega freund Über euren Support Hier verlinke ich euch Wie gesagt Die beiden Spiele Von der UEFA Champions League Die Hinspiele im Halbfinale Die waren wirklich Also zieht sie euch Auf jeden Fall rein Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt Und jetzt Haut rein Ich bedanke mich für's Zuschauen Und hoffentlich sehen wir uns Natürlich dann Morgen Wenn es die 5 Samstag Spiele gibt